Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit meiner Lieblings-Videosoftware schnell und einfach professionelle Videos erstellen können. Klicken Sie zuerst auf den Link unten und gehen Sie zu video-editor-software.com.de. Klicken Sie sich durch und wählen Sie jetzt Herunterladen. Installieren Sie dann die Software und folgen Sie den Anweisungen. Hier ist die Software. Klicken Sie jetzt auf Neues Projekt. Importieren Sie nun entweder Ihre Videos oder klicken Sie auf Video aufnehmen, um direkt mit Ihrer Webcam aufzunehmen. Wir importieren ein Video. Klicken Sie also auf Mediendateien hinzufügen und wählen Sie die Videodateien aus, die Sie bearbeiten möchten. Sobald Sie ein Video importiert haben, sehen Sie es rechts in der Vorschau. Das importierte Video wird auf der Zeitachse unten angezeigt. Führen Sie einfache Bearbeitung am Video mit der horizontalen Leiste oberhalb der Zeitachse aus, wie zum Beispiel Teilen, Drehen, Schneiden, Farbanpassung, Übergangsassistent und Audioaufnahme. Sie können das Video aufteilen und schneiden, indem Sie einen Punkt auf der Zeitachse auswählen und auf die Schere klicken. Wählen Sie dann den Teil des Clips aus, den Sie nicht möchten und klicken Sie auf Löschen. Um Drehen zu wählen, klicken Sie einfach auf die Taste Drehen, um die Ausrichtung zu wählen. Schneiden Sie das Video, indem Sie auf die Schaltfläche Schneiden klicken. Verwenden Sie das Hilfefeld im Vorschaufenster, um Teile des Videos ein- oder auszublenden. Bewegen Sie die Bildlaufleiste nach links und rechts, um den Winkel zu ändern. Zum Anpassen der Farben klicken Sie einfach auf Farbanpassung und nutzen Sie die diversen automatischen Einstellungen, wie zum Beispiel automatische Sättigung, automatischer Kontrast, Magic Enhancement und automatischer Weißabgleich. Fortgeschrittenen Benutzern stehen manuelle Anpassungen zur Verfügung, wie beispielsweise Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Glanzlichter, Gamma, Schatten, Farbton, Temperatur und Tönung. Im Abschnitt Clip-Eigenschaften können Sie die Videogeschwindigkeit erhöhen, diese verringern oder den Vorgang umkehren. Auf der linken vertikalen Menüleiste befinden sich die Schaltflächen Importieren, Filter, Übergänge, Titel, Schwenken und Zoomen, Sticker, Beschriftungen, Animation, Hervorheben und Verbergen, Chroma Key und Stabilisierung. Obwohl zahlreich, sind sie alle sehr einfach zu bedienen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren und Sie werden feststellen, dass Sie neben dem Hinzufügen einer Videodetail zu Ihrem Projekt auch Töne, Musik, Mustervideos und Hintergründe beifügen können. Um Töne hinzuzufügen, klicken Sie auf einen Ton und ziehen Sie ihn einfach auf die Zeitleiste, sobald er heruntergeladen ist, und stellen Sie die Lautstärke ein. Sie können so viele hinzufügen, wie Sie wollen, um Ihrem Video mehr Leben zu geben und Sie können dasselbe mit der Hintergrundmusik tun. Einführungsvideos und Hintergründe Wählen Sie einfach ein Exemplar aus und ziehen Sie es auf die Videozeitleiste. Sie können beides für Einführungen, Endungen und sogar Übergänge verwenden. Klicken Sie auf Filter, um ein Filter für Ihr Video anzuwenden. Sie haben dutzende verschiedene Filter zur Auswahl. Wählen Sie hier eine Kategorie und dann einen bestimmten Filter aus. indem Sie ihn wie gewohnt auf den Videoclip ziehen. Wenn Sie mit dem Filter nicht zufrieden sind, klicken Sie einfach hier auf Rückgängig und wählen Sie einen anderen Filter aus. Kein Problem, wenn Sie Fehler machen, denn dafür gibt es ja Rückgängig und die Wiederholen-Taste. Mit der Option Übergänge können Sie den gewünschten Übergang wählen, um kunstvoll von einer Szene zur nächsten zu wechseln. Klicken Sie auf die Schaltfläche, wählen Sie eine Kategorie und dann einen beliebigen Übergang aus und ziehen Sie inzwischen die Clips. Wir wählen zum Beispiel diesen hier aus und wenden ihn für Ihr Video an, indem wir ihn hier hinziehen. Sobald Sie Ihr Video nun wiedergeben, sehen Sie einen reibungslosen Übergang und keinen plötzlichen Schnitt mehr. Um den Übergang zu ändern, klicken Sie einfach darauf, nehmen Sie die Änderung vor und klicken Sie auf OK. Hier ist noch ein gelungener Übergang. Geben Sie Ihrem Video einen Titel oder Abspann, indem Sie auf Titel klicken. Wählen Sie wie bisher eine Kategorie aus und einen Text und ziehen Sie ihn auf die Zeitachse. Doppelklicken Sie auf die Textauswahl, um den Text einzugeben. Möchten Sie Schwenken und Zoomen hinzufügen? Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie Einzoomen, Auszoomen oder von links nach rechts schwenken. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen. Die Stabilisierungsfunktion eignet sich am besten für Videoclips mit Verwacklung. Klicken Sie einfach auf diese Schaltfläche, wählen Sie einen Clip aus und klicken Sie auf Stabilisieren. Den Rest erledigt die Software. Dies sind nur einige einfach zu bedienende Funktionen. Es gibt viele weitere, die Sie entdecken werden, sobald Sie die Software benutzen. Um Ihr Video zu exportieren, klicken Sie unten rechts auf Exportieren. Sie können das gewünschte Format aus dem Dropdown-Menü auswählen oder Sie können ein Format für Fernseher, Apple Device, Android Device und andere wählen. Laden Sie es direkt auf YouTube hoch, indem Sie sich dort anmelden. Wählen Sie auch die Qualität, aber je höher, desto größer ist die Dateigröße. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Start. Bedenken Sie, dass Sie zwar ein Testvideo erstellen können, aber um eine Vollversion zu exportieren, müssen Sie die Software kaufen und registrieren. Das war's also. Wenn Sie schnell und einfach ein Video bearbeiten möchten, probieren Sie meine Lieblingssoftware aus. Laden Sie diese herunter, indem Sie auf den Link im Beschreibungsfeld unten klicken, um video-editor-software.com.de zu besuchen und in wenigen Minuten Ihr eigenes benutzerdefiniertes Video zu erstellen. Und bevor Sie gehen, vergessen Sie bitte nicht, bei diesem Video ein Like, Kommentare oder Fragen zu hinterlassen und abonnieren Sie meinen Channel für weitere Videobearbeitungstutorials. Viel Glück!